Weit entlegen im Pazifischen Ozean liegt eine Inselgruppe, abgeschnitten vom Rest der Welt, seit der Zeit der Dinosaurier. Nach 80 Millionen Jahren der Isolation folgt die Natur hier ihren eigenen Regeln. In dieser vergessenen Welt geht das Leben seltsame Wege. Pinguine im Wald, Papageien im Schnee und Jäger, die aus der Urzeit kommen. Sie alle müssen sich den Kräften der Elemente stellen. Als der Mensch die Inseln entdeckte, war schnell klar, kaum ein Ort auf der Welt ist so sonderbar und geheimnisvoll wie Neuseeland. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.